Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und geistig gestört. Okay, Prophet in Crime hat mich etwas gefragt und es geht darum, dass er ein Problem mit Gewitter hat und Nachtönung und Background Music. Das Ganze ist nämlich folgendes Problem, das Gewitter geht in Häusern einfach weiter und hört dort nicht auf. Und das ist natürlich sehr nachteilhaft für ihn und naja, er schrieb, hoffe du weißt da was und ich hoffe auch. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt und wir fangen jetzt einfach mal an. Ganz einfach. Wir haben unser RPG Mega Projekt, hier die Karottenfarm und wenn ich ins Haus reingehe, soll es nicht mehr regnen und außerhalb des Hauses, also hier auf der Map und in der Old Town Road, soll es dann dementsprechend regnen. Soweit der Plan und das werden wir jetzt auch mal einfach mal ausprobieren, das Ganze. Als erstes werden wir es hier regnen lassen, beziehungsweise wir fangen erstmal mit der Background Music an. Das ist einfach das einfachste. Background Music wollten wir machen, genau. Wir gehen rechtsklick auf die Map, auf Bearbeiten, in dem Fall die Karottenfarm und suchen uns jetzt irgendwelche Background Music aus. B-G-M, Background Music, Hintergrund Musik auf Deutsch. So, ich bin schon mal froh, dass die das nicht übersetzt haben, aber das wäre auch sehr merkwürdig. Da suchen wir jetzt irgendwelche aus, spielt keine Rolle, wir nehmen Town 1 vielleicht, mal gucken. Ah, Town 1 klingt eigentlich ganz cool. Wie klingt Town 2? Okay, wir nehmen Town 1. Ups, stop, Town 1. Ja, drücken auf OK und haben jetzt auf dieser Map Background Music Town 1. So, jetzt starte ich das Spiel. Dann kann ich euch das mal kurz demonstrieren. Hier ist ein neues Spiel, wollen wir. Das war die Titelmusik und jetzt haben wir auf der Map auf jeden Fall die Musik von Town 1. Wenn ich jetzt die Map wechsle, in das Haus reingehe, spielt auf jeden Fall noch dieselbe Musik. Und wenn ich die Map verlasse, spielt auch dieselbe Musik. Das liegt daran, dass auf diesen Maps keine Musik gewählt wurde. Wenn ich jetzt möchte, dass beispielsweise in der Old Town Road andere Musik gespielt wird, dann muss ich dort auch Musik wählen. Da wählen wir zum Beispiel... Wir wählen jetzt hier Field 1 zum Beispiel. Ja, das klingt ja ganz cool. Ja, Field 1 klingt cool. Wir nehmen Field 1 und dann haben wir da andere Musik. Und fertig. Mehr ist das im Grunde nicht. Und dasselbe gilt dann auch für Background Sounds. Da gilt dann dasselbe, falls ihr Background Sounds haben wollt. Zum Beispiel bei der Karottenfarm könnte man jetzt noch einen Sound von einem Wasserfall einfügen. Garottenfarm, Background Sound, Sound von einem Wasserfall. Gibt es da irgendwas? Nicht wirklich. Aber man könnte jetzt hier River verwenden. Aber einen Fluss haben wir ja auch auf der Old Town Road. Aber man könnte da jetzt zum Beispiel noch einen Fluss reinmachen. River. Wenn ihr das wollt, machen wir jetzt an der Stelle nicht. Spielt keine Rolle. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, dann gucken wir gleich mal, ob die Musik geändert wird. So, Neue Spiel bitte. So, wir haben hier auf jeden Fall die Town 1. Und hier haben wir jetzt Field 1. Und wenn ich zurückgehe, wieder Town 1. Wenn ich in das Haus gehe, spielt auch die Musik nahtlos weiter. Also sie fängt nicht von vorne an. Wie ihr hört. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und umgekehrt genau dasselbe. So. So viel dann dazu. Und dadurch habt ihr jetzt, glaube ich, grob verstanden, wie ihr das mit der Hintergrundmusik macht. Wenn also keine Hintergrundmusik eingestellt wurde, wird dann die abgespielt, die auf der Map davor abgespielt wurde. Und wenn ihr neue Musik habt, zum Beispiel hier bei der Old Town Road, Field 1, dann wird die Musik abgespielt, die ihr dort eingestellt habt. Und ansonsten geht das dann immer nahtlos weiter hier in allen Maps, wo nichts eingestellt ist. Darauf müsst ihr natürlich achten. Dementsprechend, wenn ihr hier zum Beispiel andere Musik haben wollt, nicht Town 1, dann stellt ihr hier andere Musik ein. Zum Beispiel Dungeon 1. Zum Beispiel. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich jetzt neues Spiel mache, habe ich hier Town 1. Gehe ins Haus, habe hier immer noch Town 1, weil hier nichts eingestellt ist. Aber jetzt gehe ich hier hoch, habe jetzt Dungeon, gehe runter und habe wieder Dungeon. Das heißt, wenn ihr solche Mittelmap habt, auf der auch die Musik gespielt werden soll, auf der die Musik gespielt werden soll, quasi dann dementsprechend, müsst ihr das dann hier auch einstellen. Aber das ist kein Problem. Welches war es jetzt? Town 1? Genau. Das ist kein Problem. Er erkennt das, dass es dasselbe Lied ist und spielt es dann auch einfach nahtlos weiter. So. So, ganz normal. Ihr hört es. Ich hoffe, dass es funktioniert mit dem Sound. Ich werde es dann nochmal prüfen, bevor ich es hochlade. Und er spielt es jetzt einfach nahtlos weiter. Ganz ohne Probleme. Und wenn ich dann hochgehe. Dungeon Musik. Runter. Die Town Musik. Okay. Das ist wirklich nicht schwer, denke ich mal. Sollte kein Problem sein. Jetzt kommen wir zu dem schweren Teil mit dem Gewitter. Es soll nur außerhalb des Hauses regnen und innerhalb des Hauses dann nicht regnen. Das machen wir jetzt. Wir machen ein neues Event. Das mache ich hier links oben in die Ecke einfach. Da doppelklicke ich drauf. Und das Event nenne ich jetzt Wetter. Das ist quasi das Event, was das Wetter steuert. Übernehmen. Und jetzt brauche ich ein paar Inhalte. Logischerweise. Wir brauchen als allererstes machen wir den Wettereffekt rein. Den finde ich. Ja, wo finde ich den? Den finde ich hier. Auf der zweiten Seite von den Ereignisbefehlen. Hier bei Bildschirm bei Wettereffekt festlegen. Suche mir Typ Regen, Gewitter oder Schnee aus. Wir nehmen jetzt mal Gewitter. Stärke 9. Regen, Dauer. Das ist quasi der Übergang, glaube ich. Wenn ich mir jetzt recht im Sinne habe. Da machen wir Übergang ein Frame. Also auf gut Deutsch. Es ist einfach sofort da der Regen. Weil wenn ich das Haus verlasse, soll der Regen sofort da sein. Das ist jetzt nur für irgendwelche Videosequenzen. Dann kann man halt einen Übergang rein machen. Dass es dann halt langsam anfängt zu gewittern oder langsam anfängt zu regnen. Dass es dann nicht einfach schlagartig los geht. Und das ist dann wirklich sinnvoll. Warten auf Schluss braucht man nicht. Und drücken auf OK. Dann haben wir das Gewitter schon mal. Wir machen das Ganze mal auf Parallel. Paralleles. Ja, Auslöser auf Parallel. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen mache ich es sofort, wenn ich daran denke. Wir werden als nächstes den Bildschirm tönen. Das ist auch hier auf der zweiten Seite. Bildschirm tönen. Und da suchen wir uns eine schicke Farbe raus. Und nehmen dafür jetzt Minus 10. Minus 10. Und Grau machen wir einfach auf 85. Habe ich jetzt einfach mal festgelegt. Da war natürlich wieder kein Übergang. Wir wollen sofort diese Farbe haben. Und dann gucken wir mal das Ganze an. Wie das aussieht. Hoffe ich mal, dass ich das halbwegs vernünftig eingestellt habe. Aber jetzt wird es auf jeden Fall im Haus weiter regnen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Genau das ist das Problem, was er quasi hat. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch beheben. Das ist aber, wie gesagt, nicht das Problem. So, wie ihr seht, es regnet. Was wir noch bräuchten, wäre ein Background Sound. Und in dem Fall, da machen wir dann doch den River rein. Weil das klingt ein bisschen nach, ähm, nach, 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 ähm, Regen. Wenn man jetzt ein bisschen hinhört. Ich mache aber die Tonhöhe ein bisschen runter. Ja, 80, ja, 80 klingt eigentlich ganz gut. Nehmen wir so, jetzt muss ich Stop drücken. Sonst spielt er unendlich lange weiter. So. Gut, haben wir auf jeden Fall den Background Sound drin. Dann gehen wir in die Karottenfarm. Und stellen hier Background Sound keine ein. Damit der Background Sound schon mal aufhört. Das müsste jetzt eigentlich theoretisch funktionieren. So. Jetzt haben wir einen Background Sound. Ihr hört den Fluss, beziehungsweise, äh, den Regen Sound. Gehen ins Haus. Und der Regen Sound hört schon mal auf. Das ist schon mal sehr gut. Guter Anfang. Jetzt brauchen wir nur noch quasi das Event, was den Regen wieder wegnimmt. Das ist eigentlich wirklich richtig einfach. Wir machen hier also auf gut Deutsch ein neues Event. Machen, hm, 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 hm. Eigentlich im Grunde genau das Gleiche. Wir machen Wetter festlegen. Keins, ähm, Dauer 1. So, fertig. Und machen, hm, 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 hm. Bildschirmtönen. Alles auf 0, 0, 0, 0, 0. Dauer 1. Warten auf Schluss. Weg. Habe ich das hier weggemacht? Nein, natürlich nicht. So, jetzt haut alles hin. Und natürlich auch parallel das Ganze. Und jetzt müsste es schon mal funktionieren, dass es im Haus nicht regnet. So, wunderbar. Das war doch easy peasy. Aber, ich bin nicht Don. Oder ich wäre nicht Don. Wenn ich nicht weitermachen würde. Wir sind natürlich noch nicht fertig an dieser Stelle. Aber für alle, die, für die das jetzt reicht. Können wir es natürlich ausmachen. Aber es geht noch weiter. Wir werden noch ein paar Blitzeffekte einfügen. Weil Blitze kommen immer cool. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ich kann das Haus betreten. Und verlassen. Wunderbar. Gut. Man könnte jetzt auch noch durch Event löschen. Oder Ereignis löschen. Noch das Ereignis löschen. Damit es parallel nicht die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Weil es keinen Sinn hätte, dass es parallel die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Das wäre auch noch eine Option. Dann wird quasi der Wettereffekt ausgeschalten. Bildschirmtöne ausgeschalten. Und dann wird das Ereignis gelöscht. Dann läuft es nicht mehr im Hintergrund ewig weiter. Das könnte man noch tun. Könnte man an der Stelle dann. Dementsprechend genauso machen. Und fertig. Und an jeder Stelle, quasi wo so eine Schnittstelle ist. Also wo Übergänge sind. Müsste man dann dieses Event einfügen. Also jetzt hier auf der Oldtown Route brauchte ich es jetzt beispielsweise nicht. Es sei denn. Ich komme jetzt hier von links. Und hier links ist irgendwo. Da regnet es nicht. Ich komme hier rein. Und hier soll es dann anfangen zu regnen. Warum auch immer. Oder hier das Zelt. Würde ja genauso sein. Dann müsste ich hier auch ein Regenevent in die Ecke setzen. Und beim Zelt genauso. Ich denke mal, das ist eigentlich relativ verständlich. Gut. Aber wir werden jetzt ein paar Blitze noch einfügen. Und dazu kommen wir jetzt. Dazu werden wir das eigenes Löschen wieder wegnehmen. Machen einen Schalter rein. Den brauche ich jetzt nämlich auf der Seite 1. Schalter steuern. Wir nennen den Schalter Blitz. Oder Blitze. Spielt keine Rolle. Wir nennen es Blitz. Und dann ist das auch in Ordnung. Oder Blitze. Spielt keine Rolle. So. Weil Mehrzahl ist ja eigentlich mehrere. Ein Blitz wäre ein bisschen zu wenig. So. Blitze ist an. Wenn Blitze an sind, muss diese Seite hier nicht mehr aktiviert sein. Dann können wir hier auf jeden Fall Blitze an. Und fertig. Dann brauchen wir das Event auch nicht löschen. Dann haben wir einfach eine neue Ereignisseite. Und gut ist. Die quasi leer ist. Und da passiert einfach mal nichts. Gut. Dann gehen wir hier in die Datenbank. Gewöhnliche Ereignisse. Und brauchen ein neues Ereignis. Das nennen wir Blitze. Blitze. Machen Auslöser parallel. Und Schalter Blitze. Gut. Wie ihr die Schalter nennt. Wie ihr das gewöhnliche Ereignis nennt. Etc. Das spielt alles keine Rolle. Das ist wie gesagt eigentlich relativ egal. Das kennt ihr ja bereits vom Timer. Habe ich euch da bereits auch schon alles erklärt. Dass ja die Benennung eigentlich relativ egal ist. Hauptsache ihr könnt damit was anfangen. So. Was brauchen wir jetzt um ein paar Blitze darzustellen? Um ein paar Blitze darzustellen bräuchten wir eigentlich im Grunde nur einen Effekt. Den Blitzner Bildschirm. Das ist kurz weiß aufblitzt. Und dann bräuchten wir noch Soundeffekt. Abspielen. Das wäre dann... Irgendwo müsste es Thunder sein. Ich glaube wenn ich T drücke komme ich direkt runter. Ah wunderbar. Thunder. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Ich glaube ich hatte die 9. Oder? Hatte ich die 9? Ich glaube ich hatte die Tonhöhe ein bisschen tiefer gemacht. Ja genau. Alles klar. Wir haben hier die 9. Wir machen die Lautstärke aber auf 100. Das wäre jetzt im Grunde schon mal der Soundeffekt. Und dann bräuchten wir noch Bildschirm blitzen. Blitzender Bildschirm. Und wir brauchen dabei auf jeden Fall nicht 60 Frames. Das wäre ein bisschen lange. Wir brauchen nur 20 Frames. Machen nicht warten auf Schluss. Und wir machen das Ganze mit voller Intensität. Also komplett weiß alles. So. Alles auf 255. Okay. Übernehmen. So das sind die beiden Sachen die ich da brauche. Das Problem an der Sache ist jetzt allerdings. Und das ist jetzt das Hauptproblem. Dass er jetzt dauerhaft blitzen würde. Und das wollen wir natürlich nicht. Also es ist ja ein paralleles Ereignis. Wenn der unten angekommen ist, würde er oben wieder anfangen. Wir brauchen jetzt also quasi so eine Art Counter oder Timer. Der uns quasi sagt, wann es blitzen soll und wann nicht. Also fangen wir mal oben an. Wir fangen nochmal quasi neu an mehr oder weniger. Oder fangen direkt da drunter an. Spielt auch keine Rolle. Wir brauchen dazu erstmal eine Variable. Variable steuern. Wir nennen die ganze Variable. Die nennen wir jetzt einfach Blitz Counter. Blitz Counter. Übernehmen. Und fügen da erstmal eins hinzu. So. Immer wenn wir oben angekommen sind, fügen wir eins hinzu. Ich kann das hier mal kurz auch wieder rauslöschen. Erstmal. Ich gucke jetzt mal hier woanders rein einfach. So. Damit ihr jetzt nicht verwirrt werdet durch die anderen beiden Befehle hier. So. Ganz einfach. Als nächstes brauchen wir eine Bedingung. Eine Bedingung. Die ist bedingte Verzweigung hier. Wenn Variable Blitz Counter gleich der Variable Blitz 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 und jetzt Timer oder Random. Ich mache Random, weil ich das ganze Random machen möchte. Random. 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 So. Ups. Nicht wundern, wenn ich da ab und zu mal ein paar Tippfehler habe oder mich komplett verschreibe. Also wir haben hier Blitz Counter und Blitz Random. Und wenn. Oder Blitz Timer. Ihr könnt das selber aussuchen, was ihr wollt. Wenn der Blitz Counter gleich dem Blitz Random ist, dann soll folgendes passieren. Dann soll nämlich der Blitz im Bildschirm kommen, der Sound-Effekt abgespielt werden und dann soll die Variable Random neu festgelegt werden. Variable Random soll einen zufälligen Wert zwischen 120 und 1200 hatte ich da. Das wären dann Frames in dem Fall. Das wären 120 Frames. Das sind 2 Sekunden oder 20 Sekunden. Also zwischen 2 und 20 Sekunden. Wäre jetzt für das Tutorial ein bisschen zu lange, weil so lange wollen wir nicht warten. Also machen wir zwischen 2 und, keine Ahnung, 4 Sekunden Random ein Wert dazwischen. Gut. Einstellen. Fertig. Zufällig. Fertig. Blitz Random. Okay. Als nächstes machen wir den Variablen Counter. Den setzen wir dann wieder zurück. Variable steuern. Den Blitz Counter meine ich. Setzen wir wieder zurück auf 0. Gut. Hier dazwischen brauchen wir noch einen Wartenbefehl, damit der Sound ein bisschen später abgespielt wird. Und das machen wir jetzt auch noch rein. Werdet ihr gleich sehen. Das ist einfach ein bisschen schicker. Dann machen wir 6 Frames. Das ist eine Zehntel Sekunde. Sollte ziemlich genau reichen. Gut. Damit ist das Ganze fertig. Problem an der Sache ist jetzt aber, Blitz Counter wird niemals Blitz Random erreichen, weil wir Blitz Random noch gar nicht festgelegt haben. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Hier in diesem Wetter Ereignis werden wir jetzt über Blitze an, werden wir jetzt noch das Ganze, die ganze Variable noch einstellen. Blitz Random. Einstellen zufällig 120 und wie viel hatte ich? 240. Genau. Also zwischen 2 und 4 Sekunden. Übernehmen. Okay. Das Ganze sollte jetzt eigentlich theoretisch funktionieren. Ach, Blitz Counter müsste ich auch natürlich noch auf 0 stellen. An der Stelle. Blitz Counter auf 0. Ähm, blib, 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 blib. Blitz Counter. Einstellen auf 0. Und jetzt haut es hin. Gut. Hoffe ich. Aber ich denke mal schon. So. Warten wir mal kurz 2 Sekunden. Ja, es haut hin. Und jetzt können wir nochmal warten. Ah, perfekt. Perfekt. Okay, das funktioniert schon mal. Wunderbar. Das funktioniert schon mal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wie gesagt, das Blitz, ähm, dieser Bildschirm, das Bildschirm blitzen, muss eher sein, weil ihr kennt das Ganze ja. Ähm, Licht ist schneller als Schall. Ähm, das Blitzgeräusch kommt immer ein bisschen später. Als, ähm, das helle Licht flackern. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Jetzt werden wir das Ganze natürlich auch wieder ausschalten. Weil wenn ich jetzt ins Haus gehe, haben wir das Problem. Dass es da natürlich weiter blitzt. Und das wollen wir natürlich, ja genau. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wäre nämlich sehr merkwürdig. Dementsprechend müssen wir jetzt wieder ins Haus gehen. In das Wetterereignis hier. Und, äh, Schalter steuern. Einfach den Blitzeschalter auf aus. Und fertig. Wir könnten auch noch, wenn der Schalter auf an ist, dass dann nur das Event ausgelöst wird. Aber es ist jetzt nicht so wichtig eigentlich. Gut. Und schon müsste es funktionieren. Es blitzt hier drinnen. Äh, hier draußen. Entschuldigung. Und hier drinnen nicht mehr. Wunderbar. Es hört auf. Und dann gehen wir wieder raus. Und gucken, ob es wieder weiter blitzt. Und es geht weiter. Wunderbar. Und das Ganze funktioniert natürlich dann auch auf der Map hier. Geht es eins zu eins einfach weiter. Gut. Wie gesagt, ähm, der Intervall ist jetzt ein bisschen schnell. Ich habe den Intervall, wie gesagt, auf 1200 gestellt. Also 120 bis 1200. Also irgendwo dazwischen eine zufällige Zahl. Ähm, den Intervall fand ich jetzt am schönsten persönlich. Aber jetzt, äh, für die Vorführzwecke würde das einfach zu lange dauern, wenn wir jetzt die 20 Sekunden warten. Im schlimmsten Fall. Okay. Ich denke mal, das war es soweit. Und alles sollte verstanden sein. Wenn noch Fragen sind, dann schreibt einfach in die... Ich mache mal kurz hier aus, dann könnt ihr mich besser hören. Entschuldigung. Ähm, wenn noch Fragen sind, dann schreibt einfach in die Videobeschreibung... Ach, in die Kommentare. Ähm, in die Kommentare. Schreibt einfach eure Fragen rein. Und vom Grundgedanken her sollte eigentlich alles funktionieren. Bei mir funktioniert es ja auch. Im schlimmsten Fall, wenn irgendwas... Wenn irgendwas bei euch nicht funktioniert, dann geht davon einfach mal grundsätzlich aus, dass ihr einen Fehler gemacht habt und nicht ich. Ähm, wie gesagt, bei mir funktioniert es ja. Dann guckt euch das Video einfach nochmal an. Versucht es nochmal neu zu machen. Ganz von vorne. Vielleicht klappt es dann. Und wenn wirklich alle Stricke reißen, fragt ruhig nach. Und wie ihr seht, ich beantworte auch schön Zuschauerfragen. Also, ihr könnt jederzeit mir Zuschauerfragen zukommen lassen. Und dann mache ich daraus vielleicht ein Video, wenn ich denke, dass es auch andere interessieren könnte. Und das ist doch ein schönes Thema hier mit Wetter und Musik. Das ändert doch mal die ganze Stimmung vom ganzen Spiel auf jeden Fall. Und ist doch eine coole Sache. Ich denke mal, das kann jeder von euch gebrauchen. Ist natürlich ein Anfängertutorial. Die Fortgeschrittenen werden das alles schon können. Aber naja, spielt auch keine Rolle. So, das war es soweit von mir. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und vor allem hoffe ich, dass es dir geholfen hat. Pref it in crime. Ähm, falls es nicht das Richtige war, dann... Naja, müssen wir nochmal drüber reden. Sollte ja nicht das Problem sein. Tschüssi und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.